Ende der Morgenrunde. Ja, wir sind schon wieder auf dem Weg nach Hause. Ja, wir sind schon wesentlich langsamer unterwegs. Entweder ich trotte der Meier hinterher oder sie hinter mir. Ja, wir sind schon wieder gemütlich unterwegs. Aber wir sind unterwegs Sonntagmorgen. Ja, wir sind schon wieder gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, Motivation. Und schon geht der Schwanz hoch. Schon erstaunlich. Okay, klar. Gemütlich nach Hause. Ja, wir sind nicht sehr weit gekommen heute. Liebe Grüße von der War. Maja und Traumtünze bleibt geschmeidig, Leute. Was gibt's? Leckerle. Leckerle, da machen wir sie jetzt. Moment, da, gucken wir mal. Mein Wanderstock. Vielen Dank. Ah. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Na, ihr Geier, er konnte uns nicht begrüßen. Er konnte uns gar nicht begrüßen. Ganz entspannt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!